Ich freue mich eigentlich am meisten auf die gesamte Atmosphäre, wenn man lässt in den Medien gestern ist das Hallenstadionswoche aufgesehen und jetzt ist es so in einem kleinen Rahmen. Ich bin gespannt, ja. Ich freue mich am meisten auf die Begegnung, was da wird sich abspielen zwischen den Studenten der ZHAW und ihm. Er investiert in die Jugend, darum trifft er sich gerne mit der Jugend, weil sie genau das fragen, was sie interessiert und uns einen guten Austausch gibt und das findet er für sich eben auch spannend. Mein absoluter Highlight war das Mittagessen nach der Podiumsdiskussion. Ich hatte dort die Möglichkeit, völlig unkompliziert neben Dalai Lama zu Mittagessen zu können und das war so wahnsinnig persönlich. Das bleibt mir für immer in Erinnerung. Ich habe es sehr schön gefunden, jetzt auch mit meinen Mitstudierenden hierher zu kommen und hier dabei sein können. Es war schön. Das war mein Beindruck, als er kam, dass alles still war. Vorher hat ein riesiger Blatt pro Nord, alles still. Und er ist einfach reingelaufen. Sehr beeindruckend. Ich liebe ja.